So, und jetzt starten wir mit der Nighfront auf Inferno, auf der ersten Map dieses Best of Threes. Wir schauen mal, wer sich die Nighfront sichert. Macht der Sprite oder machen das bei Nidragons? Nicht nur mal da oben, die Teamnamen sind aus dem Match zuvor. Ah, zwei gegen einen. Moral ziehen. Dann hat er keine Chance mehr. Die meine Dragons holen sich die Nighfront. So, man schließt sich mit meinen Dragons auf der City-Side zu starten. Somit gehen wir in die erste Runde rein. Wir sehen vier mal Kevlar-Kid, Doppelflash. Bei Pride dreimal Kevlar, zwei Smokes, zwei Flashes und zwei Granaten. Erstmal falsch in der Mitte. Oh, Ledney. Fast den ersten Frack gezogen. Währenddessen Jaco erst mal mit der Pre-Fired. Erstmal versucht vielleicht ein bisschen Glück zu haben, vielleicht ein lucky Entry zu ziehen. Joxic in der Mitte. Ja, schaut mal runter. Jaco aber geht erst mal Richtung Banane. Pride baut sich auf mit dreimal Banane, zweimal Richtung Apps unterwegs. Die Dragons mit einem 2-3 Setup. Lassen jetzt schon früh Joxic verschieben. Ja, Flashbang bereit, sofern es hier Richtung B gehen sollte. Aber da kommt erst mal gar nichts. Also man sieht hier, es ist relativ wenig. Währenddessen Pride sich hinten mit Exos und Reeds oben Richtung Apps orientiert. Ja, noch immer Joxic mit der Flashbang bereit für Banane. Aber da steht nur noch Moritzin. Und der kommt ebenfalls Richtung Mitte. 50 Sekunden für Pride in der ersten Runde. Und jetzt geht man los. Mit dreimal Richtung Teppich und hinten. Da muss Ledney aufpassen jetzt. Der muss jetzt die Fracks machen. Hunter ist ebenfalls da. Flashbang, Smoke kommen rein. Ledney und ein Pit kommt mit der USB-Close Distance. Ah, trifft die Shots nicht ganz. Jetzt der erste Incentrate. Geht uns den Hunter auch raus. Und Joxic kommt mit dem Backstep von Library. Aber nicht mit Jaco. Überzahl Pride. Bombe gelegt. Lenopt und Inemi in dem Unterzahl-Retake. Beide haben sie Kevlar-Kit aufgenommen von Lenopt. Inemi kommt von Kurz. Sieht Pitch springen. Onside steht ebenfalls. Und dann hat er auch ihre kleine Chance mehr. 1-0 Pride. Man geht auf Inferno erstmal in Führung. Ah, zweite Runde. 2 Dragons mit Pistolen und Kevlar. Wir sind 5-7s. Eine Deagle. P2-50. War Pride schon die Doppel-AK. Und dessen Mann ebenfalls noch mit 3 UMPs stehlt. Langsam versucht man sich hier richtigen Mann ranzutasten. Inemi. Smoke liegt gut. Jawoll. Trifft Moritzin. Aber Incent kommt dafür das Karma von Lutz. Geht hier den ersten Refrag sicher. Das heißt wieder 4 gegen 4. Innot. Switcht auf die Farmer. 5-7. Währenddessen Joxic ebenfalls mit rumkommt. Dann geht man nochmal Richtung Mitte. Reeds. Jaco. Clearen die Mitte. Müssen aufpassen. Hunter steht Onside. Auf Lang wartet Lettny. Der Deagle. Schaut da mal rein. Gegen 2. Jawoll. Info hat er. Flashbang. Smoke kommt. So. Lettny zum Ersten. Und auf Onside. Hunter. Muss aufpassen. Kurz lang pushen sie jetzt. Sie haben ein kleines Crossfire aufgemacht. Notation kommt. Hunter zum Ersten. Incent Shredgen. Axis. 3 gegen 3. AKSP von Richtung Side. Lettny. Schafft es nicht mehr. Und Joxic ist in Mainz gegen 3. P2-50. Kein Kevlar. Keine Granaten. Bomb has been ruined. Ja. Switcht einmal rüber Richtung CT-Bogen. Schaut. Irgendwo liegt ne UMP. Die könnte er auf jeden Fall aufnehmen. Moralzin angeschossen auf 20. Auch der ist schnell weg. Na. Schaut erstmal Richtung Mitte. Hört den Step von Moralzin. Mit der AK kommt er close. Hat Joxic. Schiebt nochmal. Hört die Steps auf kurz. Ebenfalls sind Apps drin. Luzo. Guckt in die falsche Richtung. Joxic macht immer ein bisschen Geld. Aber mehr ist nicht drin für die beiden Niedel Dragons. 2 zu 0 für Pride. Und zum Glück sichern sie beide AKs. Was der Econ natürlich auch nochmal so ein bisschen zugute kommt. Dritte Runde. Die Dragons. Ah. Natürlich jetzt noch in der Full-Echo-Round. Immerhin einmal die UMP. Können somit versuchen damit so ein bisschen Schaden anzurichten. Währenddessen Pride nicht groß upgraded. Wir sehen Farmers begeben von Reeds und Exos. Jaco spielt mit der Mac-10. Die beiden Dragons erneut mit dem 2-3 Aufbau. Haben die UMP aktuell auf A kurz stehen. Ja. Mit der oben steht. Joxic muss aufpassen. Jaco kommt rum mit der Mac-10. Pre-Fired ordentlich. Währenddessen Hausmeister rauskommt. Da laufen sie beide rein. Denstern sind die beiden Freaks gefallen auf der AC. Hunter muss also schieben. Falls eingetreten worden hört ihr selbst von Jaco. Schaut mal Richtung Library. Arthur ist komplett frei. Alle drei kommen sie Richtung CT-Spawn gelaufen. Library gegen die USB. Aber Jaco ist da. Hat noch ein. Vor sich. Noch zwei vor sich. Ich will noch mehr haben. Jaco mit der Mac-10. Rechts steht. Jawohl. Long Distance. Schafft es gerade so nicht. Da aus dem Bogen versucht es. Ich nehme gegen Moral ziehen. Ist nicht erfolgreich und genotcht. Im 1 gegen 4. 1 gegen 5. Mit 3 AP. Ja. Ist gesehen worden. Keine Chance. 3-0 für Pride. Also ein solider Start in diese erste Map. Auf dem Map-Pick von den Binary Dragons. Und jetzt endlich in der ersten Full-Ball-Round. Wir sehen die AWP. Wir sehen M4s. Wir sehen jeweils zwei Granaten pro Spieler. Eine Smoke. Eine Flashbang. Kein einziges Defuse-Kit. Und Pride noch mit einer UMP. Einer Mac-10 bei Exos und bei Moral ziehen. Ja. Sie bauen sich erst noch für die Mitte auf. Wieder mit 5 Mann. Barane komplett offen gelassen. Erst mal Molotov rausgeworfen. Dann geht es in die Mitte. Puschen einfach Mitte durch. Richtung Kurz. Richtung Lang. Hinten Hunter. Lettny. Mit einer Pop-Flash. Ja. Die kommt gut. Molotov forst den hinten raus. Granaten sitzen. Wunderbar. Und sonst steht noch hinten Toxic mit der AWP. Trotzdem müssen sie aufpassen. Denn Mitte unten. Die Nemi ist gespottet worden. Sie wissen, dass er dort schon wurscht gepusht ist. Das heißt, sie könnten schon mit drei Spielern auf der A-Site rechnen. Ziemlich etwas zurück. Sie sind im ersten Ende gekommen. Flaschen nochmal. Kommen ebenfalls nochmal über Apps. Immer noch Moral ziehen, der mitten in der Mitte auf Lang steht. Aber Chaco riecht Banane. Sieht nichts. Jetzt geht es nochmal über Apps auf die A-Site. Und da ist Hunter unten in Pit gefragt. Genauso wie die Oxi-Kitten auf Lang-Flash. Kommt. Jobben runter. Hunter holt den ersten. Joxi ist den zweiten. Und dann jobben sie runter. Und der Hunter schafft das nicht mehr. Joxi ist on-site. Überzahl Banane Dragons. Wird alleine. Moral ziehen. Eins gegen drei mit der UMP. Und Joxi ist endlich mal abholt. Man hat drei Kills mit der AWP raus. Und der ersten Runde für die Banane Dragons. Natürlich muss man jetzt irgendwie anknüpfen. Muss man versuchen, die Anschlussrunde zu holen. Was man hier natürlich nicht wieder komplett Bruch ist, was die Economy angeht. Jetzt schnelle Granaten Richtung Banane. Machen erstmal mehr Schaden am Pride als an den Banane Dragons. Binden die Nemi. Flashbang kam gut. Hat ebenfalls noch eine Smoke, die er erstmal close wirft. Und dessen Joxi-Kmeter mit der AWP abaimt. Und Pride mit einem breiten Aufbau Banane. Genauso wie Apps wieder angehen. Also überall versuchen, die Entries zu bekommen. Die Nemi muss aufpassen. Hinten Moral ziehen. Obendrauf. Oh, geboostet worden. Aber instant macht der Trade-Damage auf jeden Fall gut was weg. 3 AP bei Nemi. 70 bei Nenot. Und somit ist erstmal die Überzahl da für die Banane Dragons. 5 gegen 4. Pride schiebt etwas rüber Richtung der B-Side. Dreads kommt von Apps Richtung Banane. Exos zieht sich ebenfalls zurück. Man schiebt komplett rüber. Und da soll es am Ende hingehen. Dorthin, wo beide Spiele angeschossen sind. Wo beide nicht mehr viel aushalten können. 40 Sekunden für Pride. Und die müssen sie natürlich nutzen. Joxi-Kommt schon leicht verschoben. Währenddessen die erste Smoke-Off lang aufgeht. Hinten Prefile sehen die Smoke rein. Die Jungs von Pride wollen langsam starten. Nenot. Mit einer Molotov. 20 Sekunden. Pride will starten. Swag zieht sich das Bruder ab. Flashbang geworfen. Nenot. Eine kleine Gap. Ja, beide blind gewesen. In Nemi. Obendrauf. Du fällst die Smoke rein. Oh, Doppelkill. Nenot. Und das ist eine Chance. Überzahl. 4 gegen 2. Währenddessen Exos und Jaco erstmal die Rumble legen können. Flashbangs gehen gut auf. Wird gepusht hinten. 1 gegen 4. Unten steht. 4er Kill. Burnier Nod. Und somit heißt das zweite Runde. Für die Binary Dragons. Und hier geht's. Und hier geht's. nochmal, investiert nochmal alles rein, was man kann. Wir sehen Kira, AK, eine CZ bei Jaco, mit für die AWP wieder. Joxic aimt rein, zieht erstmal keinen. Pride zusammen geht man hinten Richtung Bananen, und Jaco mit der CZ Richtung Epps unterwegs, weil hier vielleicht ein Lucky Entry setzen kann. Lettony, Prefired, Smoke liegt noch, hat hier ein paar Hühner oben da drin, aber das macht erstmal gar nichts. Jaco, Pusht unten raus. So, Junete gegen Joxic. Die AWP ist weg, währenddessen geistig auch auf den Rauf, Inemi, Inedo, machen das gut, Spray, Dom, Sil, Straitkill ist da. Inemi muss out, muss nachladen, von daher die Möglichkeit hinten für Pride auf die Wiese drauf zu gehen, dann Jaco, hinten CT abgeämt worden, wieder die 2-3-Unterzahl, Reads angeschossen, Borrelzin muss aufpassen, 1-3-Unterzahl, hinten auf der Muslan drauf, Mordhoff aufgenommen, wirft da Richtung CT, währenddessen hinten Garten schon Inemi steht. Der macht's gar nicht mehr, und ich ordentlich rein zu pre-firen, Borrelzin schaut Richtung CT rein, sieht Lettony, zu zweit kommen sie, Morrelzin keine Chance gegen beide. Und die Bioneer Dragons schaffen's erstmal auszugleichen auf ein 3-3. Pistol Kevler Byron bei Pride, man orientiert sich diesmal nicht Richtung B, sondern eher Richtung der A-Side. Lettony schießt ordentlich durch, schafft das aber nicht gegen Reads. Nur ist der erste Entry gesetzt, und Jogsick muss traden, schafft da auch, Reads rausgenommen, hinten, oh, unglücklich, Jaco gesehen. Und so, mir gibt's da nur die Unterzahl für Pride. 3 gegen 4, Exus mit einer AK, hinten eine Pit, währenddessen jener beiden Spieler Onsatzteam mit einer Pit of 15, Tag 9, warten auf die Close Distance, und die AK muss die Kills machen. Jogsick mit der AWP, aimt rein, Smog fehlt dir im Moment, erster Flashbang, zweiter Flashbang, kurz pushen sie rein, Hunter, enemy, Flashbang für Pit, und dann kommen sie Richtung Side, jawohl, holen sie sich in ersten Onsatzte, steht noch, Morrelzin, mit der 50 geduckt, kommt zum ersten 1 gegen 2, Jogsick gespottet, holt er sich, und es ist eine Not, 1 gegen 1, schafft das mit der M4, die Bombe, oh, das wird ganz schön knapp, das wird ganz schön knapp, aber es sollte noch reichen. 0,4 Sekunden, bevor die Bombe explodiert, schafft er es, den Defuse noch durchzudrücken. Und das heißt, Führung zum ersten Mal für die Binary Dragons. Natürlich währenddessen der Geldbonus für Pride wieder ungemein zugeschlagen, wir sehen diesmal noch die AWP auf Joggo, währenddessen der Rest mit den AKs die Runde erst mal bestreiten, gehen wir auf den 3-Mann-AP-Stack. Morrelzin bekommt ordentlich Feuer unterm Hintern, muss ich also erstmal absmoken. Finden, Nenemi blind, muss aufpassen, Luzu, Morrelzin, beide angetaggt, stehen close, Flashbang kommt rein, Nenemi blind, die pushen rum um die Ecke, nein, noch nicht, sie warten noch. Flashbang kommt, Morrelzin ist raus, Luzu traded zum ersten Mal, weiß, dass hier noch mehr oben Banane. Hunter angeschossen, ebenfalls runter auf 12 HP und erstmal geht's defensiv zurück zum Bombside, denn das Ganze im 4 gegen 4, man darf also keinen Nachteil bekommen bei den Binary Dragons, ansonsten wäre eine Bombside offen. Und jetzt geht das Richtung der A-Side, Läden, Nenemi blind, muss aufpassen, Ebs kommt, Kurz kommt, überall, Flashbang sitzt nicht, trotzdem muss ich erst eine Entry, Jogsick zum ersten Trade, Kill, Instant sitzt auch Teil der Trade von Reeds und die Überzahl für Pride, Hunter geht auf B-Safe, währenddessen Nenemi versucht hier vielleicht wieder entweder noch eine Entry zu bekommen mit dem Retake. Sie haben Kevlar-Kids, sie haben eine Smog und jetzt heißt das für Hunter zurückziehen. Und somit kann Pride ausgleichen, also keine große Führung für die Binary Dragons. Ja, Lutzow schon am Hunten, schaut nur mal Richtung B, hinten Hunter defensiv im Garten und den soll fertig herbekommen, Free feuert man ordentlich rein, aber das reicht nicht ganz. Viel zu viel, also der Ausgleich endlich, die Binary Dragons haben Geld, kann auf jeden Fall noch mal ordentlich reinforcen, rein investieren. Währenddessen Pride, die jetzt ein bisschen anfangen kann, sich ein bisschen Geld zurechtzulegen auf der Bank. Ah, Nenemi, guckt, ob er hier ein paar Steps hören kann, währenddessen der Not dabei ist mit einer Flashbang. Kommt um die Ecke, piekt mal rein, sieht erstmal niemanden von Pride und smogt wieder etwas defensive ab. Deoxic in der Mitte, voll schicken Exus. Erster Volles gesetzt, überzahlen für die Binary Dragons und Pride. Ah, kann erstmal nicht traden, verdient ebenfalls Lutzow in Banane und das machen die Nenemi und den Not gut. Dann boosten sie erstmal viel Box auf, währenddessen bei der Sintium drei Mann in der Unterzahl versuchen muss, irgendwie das Ganze noch zum Erfolg zu krönen. Ah, Hunter schon im Bogen bereit, sofern es auf B brenzlig werden sollte. Man, mit Letten hier schon Apps durchzupuschen, um offensichtlich ausschließen zu gehen. Und Pride mit 50 Sekunden macht sich langsam bereit. Sie sneaken nochmal runter, bauen sich auf, Fixpunkte werden anvisiert, dann kommen die Smokes raus. Das geht los, ab auf B. Nenemi, nicht auch wissen, also Bescheid, Rotation kommt schon hinten von Hunter auf der ersten Box drauf, Nenemi, zweite Box, in die erste ist gemolotauft, Monotar kommt Richtung Dark, oben drauf, Nenemi blind, vielleicht bin ich am gut, Nenemi blind, Nenemi blind ist da mit der M4, wer weiß Bescheid, Hatch und Flick in zweit und schafft er nicht mehr. Und dann ist es für James und Letten, die da von Bananas schon durchgepusht und die Bayern der Dragons gehen, Nenemi blind, in Führung mit 5 zu 4. Ja, Jacko in der Mitte aimt mal gegen Joxig, aber der schaut immer nur ab und zu etwas weiter ran, jetzt ist er rausgenommen worden, Hunter, Monotar dann mal ab, Flashbring hinterher, AWP mitnehmen vielleicht oder aber aufpassen, den Naps, da wartet Exus bereits und der ist hungrig, genauso Reed mit der AK. P5 überall hin, überall, wo die Vanilla Dragons stehen könnten. Nenemi wieder mit nur noch offensiv in Richtung Bayern, Monotar fliegen, Flashbring ist ebenfalls, Granaten haben wir erstmal keinen großen, damit er erzielt gegen Pride. Dann geht AWP gesichert in der Mitte, Nenemi alleine auf B. Pride, sehr mittelastig, sehr A orientiert auf, aber hier ist auch nur mit 60 Sekunden, hier in der Mitte drin und warten drauf, dass der Call kommt, dass man hier endlich starten soll. Man hat zwei AKs, eine AWP bei Jaco und jetzt pushen sie durch. Hunter on-site defensiv, genauso wie Lettny, sie kommen, schauen Richtung kurz, pushen durch, Lettny, Hunter zum ersten, den zweiten sitzt er nicht, aber Nelton ist da mit der AWP, muss nachladen mit der M4, holt gerade nach so einem Moralzin raus, Jaco steht close, puste für der AKs erfolgreich und es ist Nenemi eins gegen eins und Jaco spielt das ganz einfach aus, rotiert schnell Richtung B, währenddessen Nenemi ein bisschen braucht, um die Infos zu bekommen. Man kann so, und die Wombe erst mal sicher auf Belegen, bevor Nenemi irgendwie versuchen kann, den Kill setzen zu können. Das Ganze jetzt im eins gegen eins. UMP gegen AK. Keine Granaten auf beiden Seiten und Nenemi aktuell noch ohne Diffuse geht. Also da muss er aufpassen, ich muss den Kill schnell setzen. Jaco, er hat die Steps nicht, Nenemi schniegt sich schon vorbei, schaut Richtung Ruine, aimt perfekt auf den Kopf drauf und erneut gibt das Hinausgleich. Also beide Seiten schenken sich hier rein gar nichts. In den letzten vier Runden immer abwechselnd gewonnen worden. Dementsprechend auch das Geld erstmal komplett weg auf beiden Seiten. Beide Seiten natürlich forsten alles rein, was möglich ist. Die Dragons mit Doppel-M4-Triple-Pistol, Pride mit ebenfalls dreimal AKs UMP und einer MP7. Ah, Lettny oben in Ebstrins mockt sich noch nicht ab. Hunter ab. Die feiert mal in die Mitte. Oh, das ist gut. Jawohl. Jaco ist raus, sie wollen schweigen, aber Hunter geht weg. Kommt kurz nochmal nach. Piegt noch mal mit der M4, den zweiten. Ich hab da nicht mehr Joxic hinten gespottet worden. Muss aufpassen, sie pushen jetzt hier einfach umkommen mit rein auf die Seite, holt einen den zweiten nicht mehr. Der hat noch von hinten und er kann zwei Kills setzen, schafft er aber nicht. Jetzt ist Lettny. Eins gegen drei Unterzahl. Bombe ist on site und dann pickt er rum. Ah, schießt in die Smog gut, aber holt Lutz nicht raus. Kann er da nicht mehr verfolgen. Falsche Mitte steppt Lutz, währenddessen Mitte oben schon bei Holzin langsam nachgesneakt. Kommt, oh, Lettny dreht sich gut um, den zweiten schafft er nicht mehr. Sechs HP, Lutz, holt den Kill, mit der UMP und somit heißt es diesmal, zwei Runden in Folge für Pride. Währenddessen die Mini-Dragon sich entscheiden müssen, forcen sie nochmal rein oder aber geht es jetzt erstmal in die Pistol-Eco-Round? Das scheint erstmal in die Sparrunde zu gehen. Vier USP ist eine Pito-50. Währenddessen Pride erstmal schnell Mitte hochpusht mit der Mac-10. Jacko steht schon close. Währenddessen Joxik hinten in der Ecke steht. Wartet drauf, dass sie Mitte Infos bekommen. Step gehört worden. Joxik, close this dance. Einfach rumgepusht. Währenddessen Onset bitte noch stehen. Hunter muss aufpassen. Lang, kurz können sie überall durchgehen. Der erste Entry ist gesetzt. Lettny kommt mit der Pito-50 rum. Fällt hier in zwei, drei Mann rein. Hunter Onset ebenfalls. Netnoth und Inemi. Versucht es noch, aber keine Chance gegen Jacko. Der rusht hier mit der Mac-10. Einfach alles um. 7-5. Pride nah dran an der Führung in der ersten Halbzeit. Währenddessen die beiden Dragons ordentlich mal reinkaufen, rein investieren. Wir sehen trotzdem wieder kein einziges Defuse-Kit. 5 M4s. Dazu jeweils Smoke und Flash und einen Molotow. Inemi wieder in Banane. Net noch mit der Flop-Flash. Kommt gut rum. Im perfekten Zeitpunkt. Inemi, ein bisschen Pech. Hier kommt die Smoke. Rühe zu dem ersten Entry. Und hinten zu der Rotation von Joxic hinten rüber Richtung B. Der braucht Hilfe, Netnoth. Der braucht hier den Support von seinen Teamkollegen. Joxic geht einfach durch die Smoke durch. Netnoth Onset im Brunnen. Wartet er. Reeds. Brunnen nicht gecheckt. Bleibt erstmal alleine. Onset Moral-Zin pusht ebenfalls nach. Prefight mal rein. Er weiß, TT steht. Onset Leiter in Netnoth. Der schaut. Banane nach vorne. Hinten. Moral-Zin. Den Step links gehört. Garten ebenfalls. Aber die Rotation komplett geforst. Und das hat Pride genutzt. Bombe einfach schnell auf A gelegt. Netny läuft hier mit dem Messer mit der Granate in Netten in Jaco rein. Das ist Joxic. Eins gegen drei. Er hat eine Ecke aufgesammelt, aber natürlich muss er versuchen, hier noch was anzustellen. Moral-Zin. Ebenfalls noch Banane. Kommt rum. Zuerst. Und das ist die Halbzeitführung für Pride. Fünf zu acht. Die Bayer Dragons brauchen noch so viele Runden wie möglich in der ersten Hälfte auf der City-Side. Ah, man. Geht hier in die Pistole Eco-Round. Wir sehen Deagles, eine B2-50 bei Joxic. Ah, ich hab's mir schön zumal an zu pre-firen. Die Nemi. Ah, trifft die Schotts nicht gegen Moral-Zin. Versuch's nochmal weiter im Stray. Moral-Topf zurückzuforzen aus den Barrels hinten. Und Hunter erfolgreich in App-Sreads runter aufziehen. HP. Währenddessen mit T jetzt einfach reinpush. Joxic bleibt defensiv. Kommt rum, mit der B2-50. Nächste Zeit ist schon gesetzlich gelutzt. Und dann heißt es erstmal zurückziehen. Kleiner Vorteil für die B2-Dragons. Währenddessen jetzt Hunter raus. sind immer drei Spiele angeschossen von Bright. Nethney kann Schaden anrichten. Holt den vierten runter. Nethno, eins gegen fünf Unterzahl. Und trotzdem schafft es Bright hiermit vier Spielern, die unter 40 HP haben, die Runde doch noch zu holen. Und jetzt geht es auf ihr Doppel-AWP. Nethno und Joxic. Mitte einfach durch. Oh, muss er aufpassen. Hunter ist da. Holt den ersten Instant-Trade-Game. Mitte oben noch Joxic. Schieß mal in die Smoke rein. Im Pre-Fire-Shot. Er trifft Moritzini einmal. Runter auf 30 bei ihm. Lauf schon Leg-Shot. Währenddessen oben Lethney in Apps Offensiv steht. Muss zurückziehen. Muss aufpassen. Lass er hier nicht einfach rausgenommen. Wird in die Unterzahl für B2-Dragons. Das wäre jetzt fatal. Nachdem sie hier erstmal gesetzt haben, woran sie ihn ebenfalls schon angeschossen haben. Dann bleibt weiterhin im 3-1 auf A und B stehen. Nethno einzig alleine auf B in Banane und mit der AWP rein. Na, schaut. Jawohl. Da kommt er. Überzahl bei Neil Riggins. Und Pride mit 3 Mann. Ebenzu Moritzin, der runtergeschossen ist. Was versucht man hier noch aufzubauen? Rotation kommt schon. Inemi steht drüber Richtung der B-Side. Also will ich hier nicht noch aushelfen. Inemi kommt. Smoke sind gespottet. Rotation von Joxic kommt jetzt erst. Schießen durch die Smoke rein. 30 Sekunden für Pride. Währenddessen beide abgesmoggt. Inemi kommt mit der Flashbang. Outrage sitzt nicht. Das ist fatal für Pride. 2 gegen 4 Unterzahl. Aber wir müssen hier liegen. Flashbang kommt rein. Aber wir ziehen abkommt. Gut 6 HP. Den zweiten ebenfalls. Das ist eine Chance. 15 Sekunden. 2 gegen 2. Gartenchef bereits Joxic. Der kommt. Aimt die Bombe ab. Pre-Fire-Shots von Jaco. Geh nicht ganz auf. Baitet einmal. Drift den Shot nicht. Letten die Banane pusht nach oben. Können die Bombe die Nein. Jawohl. Tut's ja auch. Und da fliegen die beiden Kills. Und die Bioner Dragons schaffen es immer mit 6 Runden außer die Zeit in die Halbzeit zu gehen. Ja, bislang starke Performance von beiden Seiten. Wir haben Pride mit einem relativ soliden Start. Währenddessen dann die Bioner Dragons gegen Ende nochmal 1, 2 Runden holen können. Jetzt kann es weitergehen mit der zweiten Hälfte. Die Seiten natürlich sind getauscht. Mal schauen was man jetzt eben auf der jeweils anderen Seite so machen kann. Erstmal versucht hier ein paar Hedgehots zu ziehen. Viermal Kevla auf beiden Seiten. Kit Doppelflash bei Pride. Smog Doppelflash bei den Banane Dragons. Sie gehen erst mal auf den 3-Mann-B-Stick bei Pride. Exos, Reeds. Steps sind gehört worden. Flashbang kommt gut. Exos, offensiv. Reeds ist da, um auszuhelfen. Der erste Frag geht auf das Counter von Pride. Währenddessen eine Drenchback-Form von Ineemich ebenfalls noch close hinten mit Loot zu. Bekommt ordentlich Damage. 2 gegen 4 Unterzahl. Währenddessen die A-Side komplett fällt. Reeds kommt, biegt nochmal nach. Keine Chance, hier gelät, nie. Ja, und die Frage, natürlich, Lutz versucht das noch, hier vielleicht noch 1-2 Kills mitzunehmen, oder? Aber, am Ende heißt das dann EGVP. Siebte Runde für die Banane Dragons. Pride kauft natürlich rein, 2. Runde mit Pistolen Kevlar, Zoppel Smoke, einer Flashbang. Meine Dragons mit Doppel AK unterwegs. Somit durchaus besseres Equipment hier. Ah, Reeds, Exus wieder offensiv Banane. Stehen die bereit für das kleine Crossfire? EGVP. EGVP. Erstmal langsam sich rantasten. Der AK mit der UMP springt einmal. Reeds hinten, Sandbags. Oh, sie warten drauf. Jetzt kommt der Mord auf. Das heißt, Reeds muss raus, Exus muss trainen, Flashbang kommt gut, Exus zum Ersten und eine AK ist down. Aber die kann man erstmal nicht aufnehmen. Nenob steht von der UMP auf die Arca, 4 gegen 4. Das man ebenfalls noch in der Mitte oben steht, also sich alles offen lässt. Mitte, Abs zur Zeit, Banane. Daco pusht, piekt mal was offensiver rein, bekommt aber keine Infos. Und dann kommen die beiden Dragons über die Mitte mit drei Mann. Oben Moral ziehen. 5-7. Onset alleine, währenddessen hinten Daco Richtung B geschoben ist. Da muss er aufpassen. Smoke auf lang gehört, Apps geht ebenfalls durch, steht immer immer auf kurz, währenddessen Hunter jetzt etwas lauter steppt. Vollziehen, weiterhin Fokus Richtung Short, Hunter, piekt mal rein, Richtung Side, Richtung Bill, hört den Job. Vollziehen, Close Distance. Ah, 5-7 sitzt nicht ganz. Und Pride geht hier auf den drei Mann Safe. Also, drei Mann durchbringen, Kevlar, Pistols und die UMP sichern. Die werden sich hier mit Dragon Directs gebracht. Das heißt, achte Runde für die Binary Dragons. Und, ähm, Pride, natürlich, geht nochmal in die Sparrunde. Hat jetzt ebenfalls so nicht immer noch dreimal Pistols mit Kevlar. Ainemi mit einer Flash-Mesche-Bahne rein, hinten boosten sie erst mal Reads nach oben, wieder drei Mann auf B. Ah, Sus Close mit der UMP wartet in Apps, Moral 10, P2000. Ah, Hunter, hinterher, hinterher, Chaco von muss vertraden, muss aufpassen, Prefire-Shots gehen ganz knapp an ihm vorbei, will sich aber hinten den Hunter holen. Das schafft er. Das heißt, eins gegen eins Trade-Kill. Währenddessen die Dragons langsam hinten Richtung B sich orientieren. Der Nod in Nemi, smoken sich CT ab, schauen Richtung Bombside. Die Dragons rächen hier vielleicht mit dem kleinen Ars-Tag, aber das liegt genau falsch. Im Gegenteil ist der Fall. Sie stehen mit drei Mann auf B und da warten sie drauf. Reads oben drauf, nix Spotted Access, kommt rum mit der UMP, von der ersten und vom zweiten reichst nicht mehr hinten, Luzo, CZ, muss nachladen. Jetzt kommt Chaco von hinten mit dem extra mit der UMP, er ist raus. Eins gegen drei, Spray down. Oh, Chaco switcht auf die CZ, Tz, Tz beide holt den ersten, den zweiten auch noch. Er macht den 4K und sichert Pride somit weiterhin in die Führung. Und die beiden der Dragons haben die Runde verloren, die sie eigentlich sicher hätten haben müssen. Allein nur durch die Tatsache, dass sie eben mit drei Mann auf B gestackt haben, somit die Dragons ordentlich Zeit gekostet hat, bis sie ja ordentlich auf die Bombs da drauflaufen konnten und dann kam eben der Backstep. Man geht nochmal in den Forstball rein. Wir sehen nochmal alles gekauft, alles rein investiert, Flashbang Mitte, lang steht. Ja, Chaco mit der UMP, Granate ist gut, kommt nochmal nach, zweiten kann er nicht haben. Exos flasht einmal kurz rum. Amortov kommt Richtung Pit, kurz gesehen, Exos zum ersten, lang den zweiten gespottet. Die zieht sich zurück, das ganze im 3 gegen 3. Währenddessen Hunter nicht nur beide angeschossen sind. Netny, hinten Library, ain't up, schaut mal überall hin, kommt, oh, Reeds. Schöner Headshot gesetzt, beide angeschossen, müssen aufpassen. Netnor, hinten Pit gespottet, eine Flashbang als Popflash bereit, währenddessen Hunter weiß, was Library steht. Was sagen die Flashbang? Reeds ist raus, teilweise kommt, kurz gespottet, ersten Tradegeer gesetzt von Hunter, kurz kommen sie beide, Flashbang ist gut, oh, da sprayen sie rein. Wunderbar, Hunter angeschossen, beide müssen sie fokus haben auf Pit, auf Sight, holen sich auch Sight nicht ab und die Binary Dragons machen das. Und Pride verliebt die eigentlich wichtige Anschlussrunde und geht ebenfalls in den Forceball rein. Pistolen, Granaten, Kevlar, zwei Kits und eine AWP auf Jako. Ja, pusht hier langsam nach oben, hinten auf A, Hunter alleine auf, in Apps stehen, um ja so ein bisschen zu faken, wieder drei Mann, B-Stack. Anlutz noch den Anfang, mal rein, kommen, holen sich den ersten Kill raus, hinten pushen sie nach, in Emi, in Emi, in Emi, ein bisschen aufpassen, links, erste, zweite Box, Flashbang, sageln rein, die Smokes, die helfen, ja erstmal Pride, in Emi, den Close, sie in den Garten raus pushen, Onset stehen sie noch, Exos Reads, CZ pushen die Smokes rein, doppeln sie, versuchen es zumindestens und sie haben die Überzahl erstmal rausgeholt, Schwert geht es kommen, AWP und Mac-10 gegen zwei. Moral ziehen, Kampf um Marana, währenddessen Jako noch rein, End, Hurt die Steps, erste Box, oh, braucht ein bisschen zu lange, um zu aimen. Kommt, Five-Sevens, eins gegen eins, AK gegen AK, die nahm ich den Close und holt ihn sich. Zehn zu zehn, der Ausgleich ist wieder geschafft, aber trotzdem, noch ist nicht einer Tage Abend, Pride, sie kaufen erneut komplett rein, sie investieren alles und wollen hier die beiden Dragons jetzt irgendwie an Auffall, durch die es klappt, sie haben gerade ein 1 gegen 1 gehabt, was sie unglücklich verloren haben am Ende. Lutsu, Close auf B, hört den Step von Jogsig, der Close steht, Smoken sich CTR mal ab, Reads pusht raus, CZ gegen zwei, Lutsu kann traden und das ist die Überzahl. Vier gegen zwei, aus der Sicht von Pride und diesmal klappt sie, wenn es hitsetzt. Bledney und Nenob müssen es irgendwie schaffen, den ersten Trechel auf B, das heißt, immer noch eine Mac-10 nur bei Reads. In der Smoke Close, 65 Sekunden, Bombe VB, Reads muss aufpassen, die Smoke fällt jeden Moment, wenn er sie einfach exposed. Reads immer ab und zu wieder rein, währenddessen hinten auf A, Letney alleine versucht ein paar Infos zu bekommen. Bombe weiterhin vor B in der Ecke. Mitte oben. Moralcine, Exos, jawohl, 5-7, jetzt 1 gegen 3 unterzahlen, hier dort muss es irgendwie schaffen. Und das geht Reads. Guckt nach links, guckt nach rechts, 30 Sekunden. Netnot muss sich irgendwie natürlich mit Mekka machen, kommt um die Ecke. Oh, Reads hat ein bisschen Pech. Sieht ihr nicht crossen, auch Moralcine kommt zu spät, Reads hat den Step jetzt, er weiß, dass er durch ist. Kann also ansagen, erster Flashbang kommt, Reads, sich den anderen runter auf 17 HP, Einschränkung treffen, Mac-10 genommen und dann kommt er aus City, Moralcine, dann doppeln sie ihn einfach. So einfach geht's. 10, 12. Und auch die Dragons. Sie kaufen runter, zumindest mit Inemi, der hier ein bisschen mehr Geld hat, als der Rest. Wir sehen eine Arca mit Kevlar, der Rest und Pistolen. Einmal Kevlar Helm bei Hunter. Check 9, Pito 50, zwei Glocks. Wieder aufgeteilt, Richtung Ballern, Richtung Eps, wieder alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Exos end Eps up, währenddessen Moralcine Fokus Richtung Hausmeister hat. Erster Small kommt rein. Und Reads, Luxu, beide auf B. Erster Mord auf einem Anschlag, sofern die erste Info da ist. Reads, Reefired nochmal ran gegen E, Nehmi, muss aufpassen, angeschossen worden, runter auf 70, Flashbang kommt, dreht sich um, er stellt sich erst mit dann die erste Box rein. Erster Small kommt, die Nehmi, kommt, muss den Entry setzen, jawohl, Schaffter auch, hinten Luxu ist raus, Kling steht noch, aber Reads fällt es auch nicht. Fällt er, oben Exos hat noch Fokus Richtung Eps, wollte also Jogsick hier rausnehmen können, jawohl, Schaffter, nachhin einen Kill können sie setzen, jetzt ist die Frage. Drei gegen vier Unterzahl, sie wissen, dass sie hier mindestens drei Waffen haben, meine Dragons. Und somit geht es in den Drei-Mann-Safe. Drei-Mann-Safe. Also, das Ganze geht immer so weiter. Pride und die Banan-Dragons teilen sich die Runden. Keiner schafft es hier, mehr als zwei am Stück zu holen. Dementsprechend ist auch die Economy komplett RIP. Pride mit zwei UMPs, die man drei Waffen sichern konnte, eine Flashbang für Moritz in der Mitte, schaut mal rein, sieht keinen. Diesmal der etwas A-lastigere Aufbau der Banan-Dragons, der Bombe schnell in den Apps drin. Da steht Exus oben auf dem Balkon. Drei-Mann-Dragons geht der dreimal B-Stack nicht auf. Lutz offensiv drin. Kann eine Flash ein Aufschließen gehen, das wäre perfekt. Exus oben drauf. 19, hätte schon gezogen. Noch ein Ziel zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Triple Kill, den findet man auch noch haben, schafft er nicht ganz. Trotzdem ist die Überzahl da. Letten ihm 1 gegen 3. Weiß, glaube ich, kurz könnte stehen. Von überall könnten sie kommen. Long Distance zum Ersten. Nehmen wir noch 1 gegen 2, gegen Luzo gegen Jaco. Die kommen beide hinten aus Elfs raus. Beide über Teppich. Da kommen sie ganz langsam rein. Bombe offensiv gelegt. Luzo kommt von oben. Jawohl. Und dann ist Schluss mit lustig. 12-11. Bright in der neuen Führung. Aber auch die beiden Dragons sich komplett nochmal in der Lage hier N.K. Skeftler reinzukaufen. Beide Seiten diesmal etwas vorsichtiger. Wir sehen auf B komplett defensiv gegangen. CT stehen sie defensiv. Jaco schiebt schon rüber. Währenddessen man wieder auf A wieder mit 2 Mann steht. Noch die Dragons. Die aimen wir erstmal nur ab. Hinten Richtung Banane. Richtung Apps. Richtung Apps Eingang. Nochmal Richtung Banane und in die Richtung Mitte. Erstmal alle Eingänge abdecken oder alle Ausgänge von den Mopsets abdecken, wo vielleicht Bright durchpushen könnte. vielleicht offensiv Infos bekommen könnte gegen das eigene Team. Bis der Flashband kommt. Lettny. Ich bin bereit. CT Smoke. Glutzu. Ah, er hört die Steps. Natürlich weist die Smokegate auf. Also kommt nicht von irgendwo her. Banane Dragons. Schauen erstmal. Über die Smokegate rüber. Lettny. Richtung Default Planch. Richtung CT. Jaco schiebt hinten Richtung Garten. Nächsten Granaten kommen rein und die nicht gesetzt. Jawohl. Macht richtig viel Schaden. Ersten Kills genommen das Counter von Bright. Doppelkill für sie. Hinten Leeds und Jaco machen das richtig gut. Holen sich vier Kills ab und es ist last but not least Hunter. Eins, Tingle, fünf Unterzahl. Sieht gut aus für Bright. Kommt. Unglücklich aufs Knife. Und somit Bright mit der Möglichkeit. Das ist die Chance die sie gebraucht haben. Sie führen 13.11 könnten jetzt die 14. holen bevor die Banane Dragons nochmal reinkaufen könnten und wären da natürlich ganz schnell mit der 15.16. Okay. die Banane Dragons mit ordentlich Schaden die sie eingesteckt haben. Granaten und gut Damage gemacht. Jogsick ebenfalls angeschossen. Sie haben nur einmal Kevlar auf Enemi. Der Desert Eagle schauen erst mal natürlich an die Kanten. Nutzen mit der Popflash für Reeds. Erwartet. Währenddessen drei, vier Spieler von den Bayern Dragons richtig überhandel offensieren. Ah, Enemi ist raus. Kevlar ist weg. Reeds blickt nochmal rein. Flash bekam gut. Topic kill. Triple kill. Der vierte kommt auch und dann sitzt der P250. Der P2000. Entschuldigung. 14.11. Bright. Mit der Möglichkeit. Wenn sie die Runde jetzt haben sind sie eigentlich so gut wie durch. in der ersten Map. Wenn die Granaten nicht in Banane Reeds ist closed. Kommt. Jawoll. Spray down. Reeds. Flashbang kommt rein. Hinten Letton muss aufpassen. Schafft es nicht. Und wieder die drei Mann auf B. Ein voller Erfolg für Bright. Unterzahl. Drei gegen vier. Ah, Netno schafft es nicht mal nochmal zu setzen gegen Luzo. Hinten CT-Burgen schon Dioxic mit der A. Kim muss aufpassen. Moralzina gesehen. Aimt ihn wunderbar ab. Und das ist Hunter. 1 gegen 4. Ah, es liegt nicht mehr nach oben. Muss aufpassen. CT-Burgen stehen sie drin. Hinten defensiv. Das heißt, sie lassen ihn nicht einfach so Richtung B rotieren. Genauso Exos defensiv hinten auf A. Hunter schaut Stückchen für Stückchen in Strafe Richtung Bogen Richtung Library. Hinten Exos ist defensiver in Pit. Moralzina traut sich noch nicht ganz in Library rein. Wie weiß er, der Hunter drin stehen könnte. Und dann kommt Exos aus Pit. 15 11 Pride mit der Mega Chance. Denn die beiden Dragons mit gerade mal 3.000 Dollar auf der Bank. Da kann nicht wirklich viel reingekauft werden. Jaco Mitte schnell mit AWP schaut Richtung Rampe. Das mag keinen. Mitte falsche Mitte pushen sie nach oben mit 3 Mann. Und wieder der 3 Mann B Holt von Pride. Mitte Jaco schieß daneben. Muss aufpassen. Könnte nach pushen. Smog er mal ab. Defensiv 1.30 noch für die Banale Dragons. Dann pusht man ebenfalls offensiv mit Lutz. Dann kommen sie. Flash bin geworfen. Granate von Leco. All Mordhoff mache ich gut Schaden. Kommt in AWP hinten. Pitch steht Exus. Mitte pushen sie ebenfalls durch. Lutz zu. Pitch steht Exus kommt mit der Ecke zum ersten Seed Onside stehen Exus zum zweiten Exus über ihm. Dann ist es Jog Siege 1 4 schafft es nicht gegen Moral ziehen. Pride geht in Führung mit 1 zu 0 nach einem 16 11 auf DE Inferno. So.